Okay, wir halten uns den Kopf gerade jetzt, da sind wir letztendlich angekommen. Aus gutem Grund, weil wir jetzt den Kopf einmal nach rechts und einmal nach oben drehen. Das ist, als wenn ihr mit euren Händen euren Kopf drehen wollt. Eins, zwei, drei, vier. Und dann lasst ihr euren ganzen Körper nach links umfallen, mit den Armen richtig fallen lassen, geht hier auch ins Knie und slidet einmal so über den Boden und wieder hoch. Wenn ihr dann wieder oben angekommen seid, machen wir einen Winkel mit links, der ist angeschaltet und ich zeige es nach außen. Eins, zwei. Und ein Winkel mit rechts, oft nach vorne. Also, eins, zwei, drei, vier. Arme haben wir dabei auch. Bei unserem seitlichen Winkel dreht der rechte Arm nach innen, also Richtung Knie. Und bei unserem offenen Winkel geht der linke Arm hoch. Eins, zwei, drei, vier, eins. Eins, zwei, drei, vier. Okay, einmal die Knie zusammen. Etwas langsamer. Wir haben rechts, klick, hoch, klick, halten lassen. Und Winkel außen, Winkel vorn. Ein bisschen schneller. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Und Musik.